Über 13 neue Instrumente kann sich das Jugendblasorchester der Stadt freuen. Die jungen Musiker packten Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Waldhörner, Posaunen und eine Tuba aus und probierten einige der Instrumente auch gleich aus. Neben Nagelneuen sind auch generalüberholte Instrumente dabei, die ehemals der Staatskapelle gehörten. Rund 15.000 Euro ist der Wert der Spende, die vom Verein Wir helfen kommt. Damit soll die Arbeit des Jugendblasorchesters unterstützt werden, indem rund 100 Jungen und Mädchen spielen. Viele von ihnen können sich kein eigenes Instrument leisten und sind darum auf Spenden angewiesen.